Leute, ich muss heute etwas tun, das mir sehr, sehr schwer fällt. Aber es ist nun mal so, dass es mir sehr wichtig ist, fair gegenüber allen zu sein. Ihr kennt mich, ja. Rumpöbeln und beleidigen, aber in alle Richtungen. So bin ich. Ein sonniges Gemüt, nur ist das versteckt hinter ganz vielen Gewitterwolken. Und deshalb muss ich heute etwas tun, was für mich nicht einfach ist. Das könnt ihr mir glauben. Ich muss heute den ÖRR verteidigen. Normalerweise reden wir hier darüber, was für falsche Programmentscheidungen da getroffen werden, wie der Kernauftrag vergessen wird, Gelder verschwendet werden und so weiter und so fort. Aber diesmal wird tatsächlich mal was angegriffen, was gut ist. Und da verstehe ich dann ehrlicherweise keinen Spaß mehr. In diesem Video geht es um den Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverlage, kurz BDZV. Und dieser Zusammenschluss alter, reaktionärer, weißer Männer, äh, Entschuldigung, voll digitaler und moderner Verleger, die mögen den ÖRR nicht so wahnsinnig gerne. Der BDZV streitet sich schon ewig mit dem ÖRR. Und das könnte jetzt dazu führen, dass beispielsweise die Instagram-Seite der Tagesschau quasi eingestellt wird und die Sender digital mehr oder weniger irrelevant werden. Und das liegt natürlich überhaupt gar nicht im krassen Eigeninteresse dieser Verlage. Der BDZV vertritt nach eigenen Angaben 318 Medienmarken mit rund 2800 digitalen journalistischen Angeboten. Im Wesentlichen geht es hier dabei um Zeitungen. Es ist also schlicht und ergreifend ein Lobbyverein. Die Zeitungen in Deutschland sind seit Jahren am Jammern, weil ihre Auflagen sinken und sie deshalb kein Geld mehr verdienen. Was natürlich überhaupt nicht damit zu tun haben kann, dass man möglicherweise Digitalisierung verschlafen hat und man auf einem Medium beharrt, das vielleicht einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Nein! Nein! Kann auch nicht damit zusammenhängen, dass man irgendwie schlechten Journalismus macht und die Leute deswegen keinen Bock darauf haben, das zu bezahlen. Nein, 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 nein. All das, all das. Das wird's nicht sein. Der BDZV ist der verbannt gewordene Alexander Prinz. Schuld ist immer wer anders und meistens ist es der Irr. Ich meine, es stimmt ja auch. Den Verlegern geht's wirklich relativ schlecht. Da wäre zum Beispiel die Familie Mohn, denen über den Bertelsmann-Konzern unter anderem Gruner ein Jahr gehört und deren Vermögen auf sieben Milliarden Euro geschätzt wird. Immerhin Platz 28 im Ranking der reichsten Deutschen. Das ist schon nicht mal mehr die Top 20. Das ist schon nicht gut. Und damit sind die laut Analyse des Manager-Magazins die vermögenste Verlegerfamilie Deutschlands. Auf Platz 2 befinden sich jetzt die Schwestern Yvonne, Mirja, Saskia und Nicola Bauer, die Eigentümerinnen der Bauer Media Group. Sie kommen zusammen auf ein Vermögen von 4 Milliarden Euro. Aber auch nur zusammen ist das nicht tragisch. Auf Platz 3 folgt die Familie Hubert Burda mit 3,8 Milliarden Euro. Den Bauers gehören übrigens, mal ein kleines regionales Beispiel, alle Regionalzeitungen Sachsen-Anhalt. Das sind tatsächlich nur zwei. Die Magdeburger Volksstimme, die gehört der Bauer Group schon ein bisschen länger. Aber vor einigen Jahren haben sie dann auch noch meine mitteldeutsche Zeitung hier in Halle gekauft. Die haben vorher Dumont gehört, wenn ich mich nicht irre. Also ist jetzt nicht so, dass das dem ostdeutschen Volk weggekauft worden war. Das ist schon seit Genscher nicht mehr hier. Also falls ich mal mein verbleibendes Auge auf eine gedruckte Regionalzeitung aus meinem Heimatbundesland werfen wollen würde, dann kann ich nur auf Bauerprodukte zurückgreifen. Die Monopolisierung von Medien ist absolut gar kein Problem. Ja, wer braucht schon Medienvielfalt in einem Bundesland, in dem die AfD-Fraktion unter anderem sowas hier fordert. Sachsen-Anhalts AfD greift den in Mitteldeutschland entwickelten weltweit einflussreichen Bauhausstil in der Architektur an. Unter dem Titel Irrweg der Moderne fordert die AfD-Landtagsfraktion eine kritische Auseinandersetzung mit dem Baumhaus. Das Baumhaus muss weg! Ich meine natürlich das Bauhaus. Dammte Axt. Ich wollte gerade ernst bleiben. Das Bauhaus. Versteht mich nicht falsch, ich bin jetzt auch kein Fan. Aber das erinnert jetzt vielleicht ein kleines bisschen an entartete Kunst. Ja, Treffer versenkt. Ich will jetzt nicht die Nazi-Keule schwenken. Aber 1933 musste sich das Bauhaus auflösen, weil es von den Nationalsozialisten unter Druck gesetzt wurde. Und ihr wisst ja schon von meinem Hauptkanal, dass das Bauhaus ja auch von dieser einen ominösen Regierung aus Thüringen vertrieben worden ist. Naja. Und es ist immer mal wichtig, solche kleinen, vermeintlich bedeutungslosen Entwicklungen mal aufzudecken. Und das machen dann Lokaljournalisten. Wie in diesem Fall Hagen Eichler. Jetzt ist die Frage, warum kauft Bauer die Mitteldeutsche Zeitung? Ich vermute mal, man kann darauf die verbleibenden Auflagereste zusammenwerfen und sich eine Zentralredaktion sparen. Das sind dann Synergieeffekte für alle, die was mit BWL zu tun haben. Ob die Qualität des Journalismus jetzt deswegen leidet, fragt man besser keinen BWLer. Aber gehen wir mal weiter in der Liste der reichen Verleger. Auf dem nächsten Platz kommt dann die Familie Springer. Erst, das muss man sich mal vorstellen, ja, mit 3,4 Milliarden Euro. Dann gibt es noch die Familie Holzbrink, denen unter anderem das Handelsblatt und die Zeit gehören 1,7 Milliarden Euro. Fast schon klein dagegen ist die Medienunion der Familie Schaub, denen unter anderem die Freie Presse aus Chemnitz gehört. Die werden auf 600 Millionen Euro geschätzt. Meine kleine lustige Geschichte am Rande, damit wir mal ein bisschen mehr darüber erfahren, was das für ein Verein ist. Dieter Schaub war lange Besitzer der Rheinland-Pfalz aus Ludwigshafen. Genau die Stadt oder vielmehr der Betonalbtraum, der irgendwann mal Helmut Kohl in die bundesrepublikanische Realität gespuckt hat. Und irgendwie scheinen sich Schaub und Kohl von damals gekannt zu haben. Denn irgendwie, naja, hat Schaub dann 1990 nach der Wende eine Zeitung aus Chemnitz kaufen können. Die größte Zeitung, die es damals in der DDR gab. Und ähnlich lief das mit Genscher und der Mitteldeutschen Zeitung. Jedenfalls dieser Deal, der wurde schon damals kritisiert. Als erster Westverleger überhaupt, der von der Berliner Treuhandzentrale einen früheren SED-Presseverlag bekam, konnte der Ludwigshafener Dieter Schaub 53 die freie Presse kaufen, schrieb der Spiegel der einst. Kurz nach der Wende. Schaubs CDU-nah Rheinland-Pfalz hatte einst den CDU-Aufsteiger Kohl aus dem Vorort Oggersheim journalistisch gepäppelt. Das Blatt blieb auch in Bonn die per Alpboten abonnierte Heimatzeitung des Kanzlers. Ja, aber vielleicht war der Spiegel damals noch ein bisschen sassy, weil er den Zuschlag nämlich selbst nicht bekam. Egal. Und um das nochmal zu klären mit der Mitteldeutschen Zeitung, die ging damals an die Verlegerfamilie Dumont, die als FDP nahe galt. Das ist wieder so ein Zufall, ne? Der Außenminister damals war ja Hans-Dietrich Genscher, der in Halle geboren wurde. Ja, weg, 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 weg. Leute, ich habe hier gerade einen neuen Eisberg vorbereitet. Ich sehe hier überall Gespenster. Gebt euch den, der wird richtig gut passen zu Halloween. Verlinke ich euch unten. Jedenfalls hat man da schön frisch und fröhlich sich im neuen Markt bedient und schön eingekauft, Monopole zusammengestellt. In einem Umfang, wo man sich denkt, ist das überhaupt erlaubt, ja? Und das Geschäftsmodell hat viele Jahrzehnte monstermäßig gut funktioniert, insane Renditen eingefahren. Und an der Stelle machen wir jetzt einfach mal die Augen zu. Ja, auch du vor dem Bildschirm. Ich sehe das, wenn du es nicht machst. Und jetzt stellt euch mal vor, wie könnten wohl die Vorstandsvorsitzenden des BZF aussehen? Augen auf. Tada. Keine Krawatte bedeutet, die sind privat spritzig wie eine Flasche Gerolsteiner Medium. Ein Beispiel für diese Medienkonzentration ist die Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft, kurz DDVG, mit Sitz in Berlin. Die hat Anteile an der Cuxhavener Nachrichten, der Neuen Westfälischen aus Bielefeld, der Frankenpost aus Hof, dem Freien Worten Südthüringen und so weiter und so fort. Vor allen Dingen aber gehört ihr fast ein Viertel von Matzak. Das ist einer der größten Zeitungskonglomerate in Deutschland, zu dem unter anderem dann wieder zwei oder drei Tageszeitungen aus Sachsen gehören. Und ich weiß, das sind alles Geschichten, von denen habt ihr noch nie was gehört und ihr wisst auch überhaupt nicht, ob euch das überhaupt interessieren sollte. Aber das ist durchaus interessant, wenn es in einer Ecke der Welt ist, wo man irgendwie sonst gar keine Nachrichten mehr unterbringt. Und das Einzige, was man lesen kann, Werbeprospekte sind, die von politisch fraglichen Richtungen aus gesteuert werden. Und was steckt jetzt hinter diesem Konglomerat? Ja, welche reiche Familie, die man nicht fragen soll, was sie zwischen 1933 und 1945 getan hat, die dann mit Kohls Hilfe dann über Jahrzehnte ihre Monopole genährt haben und jetzt den Einfluss nutzen? Naja, Eigentümerin der DDVG ist die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, die 1971 die DDVG als Beteiligungsgesellschaft gründete. Bitte was? Ja, das könnte man sich, glaube ich, auch nochmal genauer anschauen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Was ich insgesamt jetzt einfach nur mal ganz übergreifend zeigen wollte, der Regionalzeitungsmarkt ist die Definition eines Oligopols. Und solange es noch kein Internet gab, stelle ich mir die Stimmung in den Verlagen ungefähr so vor. Und mein Eindruck ist, weil es halt so lange so ein Oligopol war und es nicht viel Konkurrenz gab, musste niemand innovativ sein. Und es war trotzdem ewig ein glänzendes Geschäftsmodell, siehe reiche Verlegerfamilien. Und dann kam das Internet, was die Verleger, finde ich, ziemlich verpennt haben, inklusive jeder Form von Digitalisierung. Weiten wir den Blick jetzt nochmal ein bisschen raus von den Zeitungen auf die gesamte mediale Landschaft. Denn da stellen wir fest, der gesamte Medienmarkt wird von wenigen Unternehmen dominiert. Und da hat der sogenannte Media Ownership Monitor etwas, wie ich finde, ziemlich Erschreckendes herausgefunden. Die Top 8 Unternehmen haben einen Marktanteil von 95,6 Prozent, was auf ein hohes Konzentrationsrisiko hindeutet. Die Top 8 sind auf allen Märkten aktiv. 95,6 Prozent über alle Ausspielwege. What the fuck? Für den Printbereich gibt es übrigens leider keine gesonderten Daten. Aber ich fand das jetzt schon krass genug. Und zu diesen marktdominierenden Top 8 Unternehmen gehört logischerweise auch der Öhr. Als dann in anderen Ländern also Glasfaser verlegt wurde, ist dann auch scheinbar bei den Top 8 hier irgendwann der Groschen gefallen. Moment mal, wenn keiner mehr Fernsehen schaut, Radio hört oder Zeitung liest, dann liegt es daran, dass Leute sich Informationen und Unterhaltung im Internet holen. Potz Blitz. Dadurch müssen die Verleger ja jetzt mit den Öffentlich-Rechtlichen konkurrieren oder, ihr wisst schon, irgendwas tun, um ihre in kleinen Monopolen, also in Oligopole aufgeteilten Kunden zu behalten. So gesehen ist der MDR in Sachsen-Anhalt direkter Konkurrent der Bauer Mediengruppe. In Sachen Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit im Netz. Und in Thüringen gehören fast alle Tageszeitungen der Funke Mediengruppe. Und die zittert sicher schon vor solchen Bängern. Wie viel Senf kann man essen? Antwort, ja. Naja, die Zeitungsverleger finden es jetzt offenbar ziemlich unfair, dass der Öhr einfach so Webseiten betreiben darf, die kostenlos sind. Wie kann irgendwas kostenlos sein? Was sie ja eigentlich auch nicht sehen, weil wir bezahlen ja sowieso dafür. Aber ihr wisst, was ich meine. Der Öhr, er muss ja damit keinen Gewinn erwirtschaften. Er bekommt ja eben diese Gebühr. Private Zeitungsverleger kämpfen seit Jahren gegen die in ihren Augen stetig wachsende Zahl von Texten in den Online-Angeboten vor allen Dingen einiger ARD-Anstalten. Es geht um den Begriff der Presseähnlichkeit. Die ist in den Sendern durch den geltenden Medienstaatsvertrag verboten. Aha, okay, wir haben einen Schrieb, in dem das quasi klargestellt ist. Aber was ist denn jetzt dieses Presseähnlich? Darüber wird jetzt aktuell gestritten. Wobei, eigentlich stimmt das nicht. Der Streit ist schon ziemlich alt und war eigentlich auch schon mal geschlichtet. Der Deutschlandfunk fasst das so zusammen. 2011 haben acht Verlage gegen die damalige Form der Tagesschau-App geklagt, weil sie ihnen zu presseähnlich war. Nach jahrelangen Verfahren gab es am Ende eine Einigung zwischen beiden Seiten, die teilweise inzwischen auch so im Medienstaatsvertrag drin steht. Presseähnliche Angebote sind den Sendern jetzt verboten, auch wenn umstritten ist, was presseähnlich bedeutet. Der Schwerpunkt der Angebote soll jedenfalls bei Videos und Audios liegen. Texte müssen einen Bezug zu einer Radio- oder Fernsehsendung haben. Und deswegen stehen oft am Ende von Texten auf den Webseiten solche kryptischen Hinweise, wie dieses Thema im Programm MDR Sachsen, das Sachsenradio, Regionalreport, 23. Oktober 2024, 16.30 Uhr. Das ist dann ein sogenannter Sendungsbezug. Damit rechtfertigen die Sender, dass sie Texte online stellen. Das wird in der aktuellen Praxis ziemlich weit gefasst. Schließlich haben die Sender ja meistens schon mal irgendwann über jedes Thema berichtet. Den Zeitungen ist das aber too much. Sie wollen, dass die Sender erst einen Radio- oder Videobeitrag produzieren müssen, um im Anschluss dann den Text veröffentlichen zu dürfen. Das ist so ein bisschen wie Mandelmilch, ist keine Milch, aber Scheuermilch darf so genannt werden. Ja, klar, haben Mandeln keine Zitzen, aber wisst ihr, was in Scheuermilch drin ist? Und ihr fragt euch immer noch so, warum sollte uns das interessieren? Das hat relativ große Implikationen. Stellt euch vor, es passiert jetzt irgendeine Breaking News. Sagen wir, in Thüringen wird ein FDP-Mann zum Ministerpräsidenten gewählt oder sowas völlig absurdes. Dann dürften MDR, Tagesschau, ZDF, Deutschlandfunk und so weiter erst dann irgendwas online stellen, wenn ein Fernsehbeitrag ausgestrahlt wurde. Und was glaubt ihr, wie viel länger es dauert, den zu produzieren und auszustrahlen, als einen Text zu schreiben? Bis dahin wären die Zeitungen die einzigen, die eine Textmeldung hätten. Oder etwas krasser formuliert, Online First wäre für den ÖAR damit Geschichte. Und das im Jahr 2024 ist schon gottlos absurd. Ich meine, online gibt es Informationen immer am schnellsten. Zum Beispiel, wann der Vorverkauf für das Sternenklangfestival startet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay Leute, das ist für 2025 jetzt leider schon restlos ausverkauft, seit zwei Monaten. Was natürlich super geil ist. Wir versuchen jetzt gerade noch herauszufinden, ob wir vielleicht noch Tageskarten anbieten können. Ob wir noch irgendwie da Kapazitäten schaffen können. Aber das kann ich euch beim jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Auf jeden Fall, wenn ihr gerne dabei gewesen wärt, dann tut mir das wirklich sehr, sehr leid. Aber so eine Burg, die hat halt einfach eine Kapazitätsobergrenze. Wenn ich euch etwas in Schrecken lindern kann damit, unten findet ihr einen Link zum E-Mail-Reminder für 2026. Da könnt ihr euch anmelden, wenn ihr als erstes die Möglichkeit haben wollt, Karten zu kaufen. Und keine Sorge, ich werde euch da überhaupt nicht zuspammen. Da kommt dann nur genau das. So, zurück zu den Reformplänen. In Leipzig treffen sich diese Woche die Ministerpräsidenten der Länder zur sogenannten Ministerpräsidentenkonferenz zusammen. Bei diesem Treffen wollen sie auch darüber abstimmen, ob der Rundfunkbeitrag erhöht wird. Und es wird wohl auch über Änderungen am Rundfunkstaatsvertrag gesprochen. Wenn dieses Video rauskommt, gibt es vielleicht sogar schon erste Erkenntnisse. Und ich meine, dass da auch ganz schön viel Quatsch drinsteht, hatte ich euch schon mal in einem meiner letzten Videos aufgeschlüsselt. Vor diesem Treffen hat der ARD-Chef Kniffke den Zeitungsverlegern ein Angebot gemacht. Ich zitiere, Kniffke, der auch Intendant des Südwestrundfunks SWR ist, sagte der Deutschen Presseagentur über eine mögliche Selbstverpflichtung. Wir reden über eine gemeinsame Selbstverpflichtungserklärung von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Der 63-Jährige erläuterte, es könnte ein Gamechanger sein, wenn wir uns verpflichten zu sagen, die Bezugsgröße für die Überprüfung, ob etwas presseähnlich ist, ist nicht mehr das Gesamtangebot, sondern jedes Teilangebot, also jede einzelne App. Es geht also nicht nur um Text auf der Website, sondern auch ganze Apps. Es laufen sogar gerade Gerichtsverfahren. Im Fokus steht gerade die News-App NewsZone vom SWR. Die richtete sich an eine junge Zielgruppe, aber scheiß doch auf junge Zielgruppen. Die Verleger hoffen wohl, dass die jungen Leser dann nicht mehr die ARD-Apps nutzen, sondern ihre Angebote. Und das ist mal wieder ziemlich dämlich, weil junge Menschen eher keinen Bezug mehr zur Regionalzeitung haben, weil die Digitalisierung eben dort nicht stattgefunden hat. Und deswegen sind die jungen Menschen halt einfach ganz woanders, auf ihren eigenen Kanälen. Informieren sich halt über TikTok, Instagram und vielleicht sogar auch mal bei mir. Selten, aber manchmal kommt es vielleicht vor. Ich wage jetzt hier mal einen Blick in die Glaskugel. Ja, nennt mich Nostradamus. Wenn jetzt die NewsZone wegfällt, bekommt die Rheinland-Pfalz nicht einen einzigen Klick mehr. Die jungen Leute, die wandern dann alle auf andere Angebote im Netz ab. Das Lustige ist, das scheinen die Zeitungsverleger auch zu wissen, manche zumindest. Zum Beispiel Michael Esser, Geschäftsführer bei der ZEIT. Ich halte diesen Streit zwischen Öffentlich-Rechtlichen und Verlegern für irrelevant und überflüssig. Das sagt er im Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur. Wenn ARD und ZDF verschwenden oder es kein Digitalangebot gäbe, würde die ZEIT deswegen kein Abo mehr verkaufen. Davon ist der Manager überzeugt. Die Gesellschaft würde ohne den ÖHR aber einen starken Mitspieler im Qualitätsjournalismus verlieren. Das wäre eine Situation, die nur Alice Weidel und ihre Freunde freuen würde. Ich wage jetzt hier mal eine steile These. Ich glaube nicht mehr, dass es so ist, dass heutzutage Zeitungen mehr Abos verkaufen, weil sie irgendwelche Breaking News als erstes online stellen, sondern weil sie gute Inhalte generell machen. Sie einen Mehrwert für die Menschen bieten. Und wenn es nicht funktioniert, dann scheinen sie diesen Mehrwert im Leben der Menschen einfach nicht bringen zu können. Mich fragen auch immer Leute fassungslos, wie kann es sein, dass dir bei solchen Themen so viele Leute zuhören? Ich weiß es auch nicht, aber offensichtlich ist es was, was sie brauchen, weil sie es von keinem anderen auf diese Art und Weise bekommen. Fragt mich was Leichteres. Tatsächlich muss man sagen, einige Digitalangebote des ÖHR funktionieren richtig gut. Zum Beispiel die Tagesschau auf Instagram mit 5,4 Millionen Abos, einer der größten Accounts in Deutschland. Größer als der von FAZ, Süddeutsch und BILD zusammen. Niemand hätte Zeitungen davon abgehalten, ähnlich gute und erfolgreiche Accounts zu machen. Klar, hinter der Tagesschau steht ein gigantisches Unternehmen. Wer sich aber ein bisschen mit dem ÖHR beschäftigt, Ich meine, ich erlebe es ja, der weiß, wie klein Digitalbudgets sind im Vergleich zu den klassischen Ausspielwegen. Dieses Digital First, also das ist ja in der Struktur noch gar nicht angekommen. Man kann eigentlich noch mithalten. Die strengen Regeln zum Sendungsbezug hätten jetzt halt zur Folge, dass die Tagesschau auf Insta nicht mehr so viel posten dürfte wie aktuell oder eben erst nach der Ausstrahlung im Fernsehen. Darauf haben sie jetzt in einer Aktion aufmerksam gemacht, in der einige Posts geschwärzt wurden. Habt ihr vielleicht mitbekommen. Das wäre aus meiner Sicht ein Riesenverlust. Viele junge Menschen informieren sich quasi nur durch diesen Account. Wieder mal würde die junge Zielgruppe komplett den Anschluss an den ÖHR verlieren. Und der ÖHR wäre diesmal nicht mal selber schuld. Und langfristig gesehen ist natürlich wieder die Frage, wo ist denn dann die Relevanz für eine junge Zielgruppe überhaupt noch den ÖHR zu frequentieren? Wo ist dann die Rechtfertigung für diesen Rundfunkbeitrag, wenn man aktiv die Verbindung zu der nächsten Zahlergeneration kappt? Nein, das hat bestimmt niemand intendiert mit diesem Vorstoß. Es ist ein bisschen wie bei Pipi Langstrumpf. Man macht sich die Welt, wie sie einem gefällt. Wenn der ÖHR zu gut darin ist, Reichweite herzustellen, beschweren sich die privaten Medienfirmen, dass es ja unfair ist, weil sie ja die Kosten für ihre Reichweite selbst erwirtschaften müssen. Ist der ÖHR wiederum schlecht darin, Reichweite zu machen, heißt es ja, schau dir diese ineffiziente Zwangsshow an. Das geht mit uns Privaten doch viel günstiger. Und das ist halt der Punkt, man darf nicht vergessen, es ist ein wirtschaftliches Interesse darin, gegen den ÖHR zu schießen. Und wenn man solche Nachrichten bewertet, muss man das einfach mit im Kopf haben. Als ÖHR ist man der Prügelknabe für alle, da kann man nicht gewinnen. Unterhaltung und Information sind einfach zwei unterschiedliche Arten von Medien. Journalistische Medien müssen ihre Finanzierung ganz anders decken als reine Unterhaltungsformate. Deswegen hatte ich ja im letzten Video argumentiert, der ÖHR muss das bieten, was die Privaten schlecht oder kaum machen können. Offensichtlich gehören gute Insta-Nachrichtenseiten auch dazu. Sonst wären ja alle bei der FAZ. Die machen sehr tolle Podcasts. Nebenbei bemerkt, finde ich persönlich, war ja auch schon mal zu Gast. Fand ich aber vorher auch schon. Was ich meine, an dem Beispiel seht ihr, die Trennung in Plattformen ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Fernsehsendungen machen gute Insta-Seiten, Zeitungen, gute Podcasts. Man schreibt nicht mehr den Zeitungsartikel, der dann auf dem Titelblatt ist, das dann die Auflage erhöht. Und dann geht man in die Geschichte damit ein. Heutzutage geht es darum, Marken und Kanäle zu etablieren, die auf Cross-Media konzipiert sind und sich durch ihre Marke in die Herzen der Leute reinarbeiten und von denen frequentiert werden, weil sie überzeugt haben. Das klingt abstrakt und vor allen Dingen klingt das sehr viel anstrengender, als so ein Oligopol zu bauen, das dann einfach über Jahrzehnte hält. Aber wenn ich ein Video-Interview in der Spiegel-App schaue, lese ich dann Zeitungen? Nein, die Frage ist absurd und genauso absurd ist es, vom ÖR einzufordern, alles nur mit strikten Radio- oder Videobezug veröffentlichen zu müssen. In meiner Tagesschau ist so eine Bitch des Rundfunkstaatsvertrags, dass sie sogar bei diesem Thema ausgewogene Kommentare postet. Der ÖR muss politisch neutral sein. Ich fände es in diesem Sinne nicht gut, dass ihr euch gegen eine geplante Änderung stellt, nur weil es euch jetzt selbst betrifft. Sorry, aber ich kann es verstehen, zu oft wird hier irrelevanter Schmarrn über Themen wie Taylor Swift oder sonst was berichtet. Eure Nachrichten waren sowieso einseitig, daher kein Verlust. Ich meine, welche private Redaktion steht denn morgens auf und denkt sich, hm, heute muss ich mal wieder ein paar unqualifizierte Meinungen aus dem Netz dazu raussuchen, ob ich meinem gesellschaftlichen Auftrag überhaupt gerecht werde? Ach guck mal, hier schreibt jemand, dass ich nicht mal mitreden sollte, was mein gesellschaftlicher Auftrag ist. Davon sollten mehr Leute erfahren. Das poste ich gleich mal auf Insta. Denn ja, auf Insta liest es wenigstens irgendjemand. Ich finde, das kann man den Öffentlich-Rechtlichen nicht einfach aus wirtschaftlichen Gründen einschränken. Der ZDF-Intendant sagt dazu, Reformen seien grundsätzlich zu begrüßen, betont das ZDF und verweist auf die bereits erfolgten Spar- und Effizienzmaßnahmen. Die geforderte Reduzierung sei schwierig im Hinblick auf den Auftrag mit Bildung, Kultur, Infos und Unterhaltung gerade auch junge Menschen zu erreichen. Wir brauchen die geeigneten Ausspielwege und die geeigneten Kanäle. Für mich ist das die Möglichkeit, die einzigen potenten Potenziale des ÖAR für die Zukunft zu kastrieren, um zu verhindern, dass aus dem Samen wieder etwas Neues erwachsen kann für die nächste Generation. Ich verstehe ja, dass man für eine gute Balance zwischen privaten Medien und ÖAR sorgen will. Aber die Öffentlich-Rechtlichen dank Rundfunkstaatsvertrag in die 90er zu sperren, ist halt aus meiner Sicht nichts, was langfristig für uns alle positiv wäre als Gesellschaft. Und am Ende des Tages ist es halt auch Mittelfinger an die Jugend. Das Kernproblem bei dem ganzen Thema bleibt wie immer. Eigentlich sind sich alle einig, der ÖAR muss reformiert werden. Sobald aber Politik, private Medien und der ÖAR anfangen, darüber zu reden, wird klar, ach stimmt, die haben ja alle andere Interessen. Und es wird gar keine offensichtlichen oder einfachen Lösungen geben. Heute verteidigen wir mal den ÖAR in dieser Sache. Warum, ist hoffentlich klar geworden. Bevor wir uns hier aber zu sehr über Eventualitäten aufregen, der Disclaimer. Ich nehme das Donnerstag um 15 Uhr auf. Das heißt, was bei der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen wurde, ob die Erhöhung des Rundfunkbeitrags durchging, das kann ich hier noch gar nicht berücksichtigen. Trotzdem fand ich es wichtig, euch schnell zu informieren, ein paar Zusammenhänge, um meinen Senf dazulassen und euch zu geben. Als privater Alex geht das ja zum Glück. Der ÖAR Alex auf dem Hauptkanal könnte auszusehen den Springer-Konzern wirtschaftlich in den Ruin treiben, um Gottes Willen. Vor allen Dingen, wenn ich euch dazu zu schnell auf Textebene informieren würde. Ganz bestimmt. Ein letzter abschließender Gedanke dazu noch. Wenn sich die Verlage vor allen Dingen daran stören, dass Menschen zu schnell mit Texten informiert werden, müssten sie dann nicht den Teletext abschaffen? Ihr wisst schon, die Erotik-Seite für 8-Bit-Fetischisten, das nutzen in Deutschland wohl immer noch viele Menschen. Kein Scheiß. Tatsächlich riefen auch 2023 nach wie vor etwa 10 Millionen Menschen mehrmals in der Woche ein Teletext-Angebot auf. Der weiteste Nutzerkreis, also Menschen, die häufig, gelegentlich oder selten einen Teletext aufrufen, um fast sogar etwa 20 Millionen. Ich glaube, das letzte Mal, als ich einen Teletext aufgerufen habe, da war ich 10 oder so. Dieses Land ist mir nach wie vor ein Rätsel. Und ich freue mich, dass irgendwas hier funktioniert, weil am Ende des Tages wirklich eine Ahnung hat, glaube ich, keiner so richtig. Und deswegen wäre es ziemlich problematisch, wenn man noch mehr versucht, den Menschen den Zugang zu etwas mehr Informationen einzuschränken. Vor allen Dingen der jungen Generation. So, ich bin weg. Bis denn, ne, Tschüssikowski. Und lasst hier ein Abo da und eure Meinung zu diesem Thema. Oder ob euch das jetzt überhaupt interessiert hat. Das wäre auch mal interessant. Ist das jetzt wieder so ein Ding, was nur gewachsen ist, weil ich in meiner Medien-Bubble-Sicht jetzt gedacht habe, dass das ein wichtiges Thema ist? Oder fandet ihr das richtig spannend? Das wüsste ich gerne mal. Bis denn, ne, Tschüssikowski. Musik 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 Vielen Dank.